Halleschön Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Burst Bust Define Mix im Let's Pass Haben wir mit Terra die Welt von Don Rüscher angefangen von Aurora hier und haben hier ihr Herz geklaut Das gehört aus uns Ich hab glaube ich ein Level gelevelt Ein Level gelevelt, dann hatte ich keine Lust mehr Offscreen Training mache ich dann irgendein andermal richtig so Hardcore Ja so Hardcore Guys Und außerdem taucht ja jetzt hier auch noch mal die Gegnergruppe auf die ich die ganze Zeit bekämpfe Weil ich konnte nur hier oben im Flur kämpfen was ein bisschen nicht sehr gut ist Weil sonst hätte ich hier alles aktiviert Weil dein Raum weiter unten ist direkter Boss Room Und das ist Not Good Und du bist tot Ich überleg grad ich hab jetzt Eis gemeistert Kommando Fusion Kann ich nur mit Schwertwurf kombinieren aber ich hab Heiko noch nicht gemeistert Daher lohnt sich das nicht Kann ich auch was mit Antigraf Betäubungsklinge Fesselschlag Hm Jetzt hab ich schon hier ein Leuchtkristall Fügt Fertfälle zu die zum Beispiel den Schein bestimmte Angriffe erhöhen Nee, nee Da 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 So nimm das Was Was mach ich hier eigentlich Die ganze Zeit R1 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 Hey Komm wieder raus bitte Hier Drift Ähm ja Das war sehr gut Terra Ja Ja Ich muss da Das wollte ich nicht Ich hab's aber getan Ach stimmt Wir haben ja noch die D links Hab ich ganz vergessen Die ganzen Sachen Ja Yes So Ich bin gespannt wie gut wir den Boss abschneiden werden Ich hoffe Gut Sonst sind wir ein bisschen kaputt Da 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 So Not even close Not even close Hoho So Friss Ma Sorg So und damit wir ein bisschen mehr Verteidigung haben Werde ich jetzt in die Fertigkeiten gehen und 0 XP aktivieren Weil dadurch Haben wir mehr Verteidigung Und da uns Bosse eh keine EP geben ist das relativ Wayne Also Let's go Ich hab' vergessen dass da keine Cutscene kam Ich dödl Ich hab' vergessen dass da keine Cutscene kam Ich dödl Badabada 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 Okay Das kann ein bisschen schwer werden Hier Boots 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 Zu Hölle Terra Ähm Äh Nope Nope Was tust du da? Freeze Vergiss es Ich lass mich nicht so So Ah Wow Nee ich hab' nur kein bisschen Nein Hier Nein 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 Äh Ich muss den Halthagen schlucken schnell weil Darum Als ob Mist Mist Hier Auf die Fresse Wow Hier und zu One thumb Oh 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 Und mein Schwert Frett es Oh Zum Glück Abgeblaucht Ausstellbar Nope Nope Verdammt He Hopp Und Das hier Da 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 Ja Hopp Du bist Down Und ass fatal ist Boom condiciones 2 Yes AF Es ist meine Schuld, dass ihr Licht verletzt wurde. Es war weil ich schwach bin. Entschuldigung, ich werde deine Licht zurückbringen. Once habe ich gelernt, um gegen die Schmutz zu stehen. Warum würde Master Xehanort imprisonen die Licht? Die puresten Harts der Licht. Hören sie die Antwort? Sieben pure Harts, alle komplett aus der Schmutz. Suche Suche kann es ein bisschen Zeit dauern. Und es hat dich, glaube ich, ein paar Jahre gebraucht. Da Berspaus liebt 10 Jahre vor Kindem als 1 spielt. Ja, hat ein bisschen lang gedauert. Tja, dann gehen wir jetzt in die Welt da. Nein, du bist noch nicht dran. Auch wenn jetzt chronologisch wärst du jetzt die nächste Welt, aber... Nein. Also, das wäre jetzt die einfachere Welt, aber... Nicht laut der Timeline. Und wir wollen die Timeline machen. Also, machen wir jetzt die Welt. Ganz klar. Spirits der Schmutz. Famed is thy beauty, Majesty. But hold, a lovely maid, I see. Alas, she is more fair than thee. Alas for her. Reveal her name. Lips red as the rose, hair black as ebony, skin white as snow. Ah, snow white. A mirror that knows and sees everything. How about that? The heart of snow white doth shine bright. Beware, my queen, a heart of light. Another one? Wait. What if Master Xehanort is here? Who goes there? My name is Terra. I'm looking for a man named Xehanort. Master Xehanort. I thought maybe you might have seen him. That name is of no consequence to me. Wait. Ah, yes. I have a task for you. If you succeed, I will ask the mirror where you might find this Master Xehanort. And the mirror will know? Do you dare to question me? What is the task? There is a young maid who resides in this castle. Her name is Snow White. Kill her. And to make sure you do not fail, bring back her heart in this. Her heart? I don't understand. You're after the hearts of light, too? What I demand is her life. I've had more than enough of her light. What did this maiden do to you? That is no concern of yours. Now, heed my words. My radiance is all the light this kingdom needs. Hmm. Where can I find her? Outside the castle, there is a glade of wildflowers. You are dismissed. Go now and seek her there. A heart of light. This Snow White is my best chance right now. Maybe she will leave me closer to Master Xehanort. But what if I... No, I won't let that happen. I won't let that happen. I always did. Huh? Huh? Oh! Wow! Man sieht, es ist nicht nur Terra unterwegs hier im Zwergenwald, sondern auch Ventus ist hier. Ja, der erste Part, wo man dann zwischendurch hin- und herswitchen wird wieder. Und wir haben noch 10 Minuten für diesen Part mit Ven. Ja, und dann werden wir das mal ganz nutzen, weil Ventus ist sowieso mein Lieblingscharakter in Burst by Sleep von den drei spielbaren Charakern. Und nein, nicht weil er aussieht wie Roxas oder Roxas aussieht wie Ventus oder... So kompliziert! Nein, ich würde einfach nur spoilern, das würde ich gerade nicht tun. Äh! Ey! Komm her! Dann komm halt nicht her! Jetzt aber! Hatte ich nicht irgendwie... Na, einen Move mit Ven? Nie null Erfahrung! Doch, Sturmlauf! Hier! Nice! Ich gucke mich natürlich erstmal wieder hier um, weil wir wollen ja auch Kisten kriegen und so. Ist voll wichtig und so. Def, def! Da ist zum Beispiel wieder eine Kiste! Und die wollen wir ganz schön haben! Ey, komm! Ähh! Du, 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 Boots! Gotchya! Grab es! Du, 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 du! Ja, auch wenn Ventus nicht weiß, warum er gegen die anderen kämpfte! Er kannst zurückgehen! Ich meine, er hat den Auftrag von Errikas nicht bekommen. Ob ich hier eigentlich wieder rauskomme, einfach so? Wow, der wollte mich angreifen. Ich meine, du gibst jetzt zwar nur ein EP, aber... EP ist ein EP. Na? Weil ein EP nicht er... Wer er hat, ist den Rest der EP nicht wert. So. Da hat... Oh, noch mehr an Wurst. Wie gesagt, ich finde die Idee ganz cool, dass man alle so drei zusammen zockt und so. So, das ist auch mal was ganz anderes als mein anderes Burst-Bassil-LP und so. Und es wird, es wird mein EP mit dem meisten Aufwand dahinter stecken, weil ich das alles schneiden muss und so. Von daher... Who cares? Da, 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 da. Nein, du machst nichts. Hier. Gut. Ah. Wind. Wow, mein Wind hat's vollgebracht. Ich hab vergessen, dass Aero um mich herum geht und nicht auf die Gegner drauf. So, Fieberpitch. Was haben wir hier? Äther. Okay, dann gehen wir mal zu den Zwergen. Huh? Oh? Wer bist du? Ich bin Ventus. Ich bin ich, Venn. Ich bin ein Diamant-Thief! Geh auf dich, Scheiße! Entschuldigung. Ich wollte dich nicht schreiten. Ich wollte dich nicht schreiten. Du willst du nicht hier für unsere Diamanten? Das ist nicht schön. Ich bin mir wie ein Kind von Schmerz. Ich versuche nur einen Freund zu finden. Er ist der Name, Terra. Er ist wie ich, wie ich, wie großartig. Das ist wie eine große Geschichte für mich. Los geht's! Wir wissen nicht, Terra. Bitte, kannst du hier kommen? Ich komme hier? Ich will nur sprechen. Geh auf dich! Bleib, wo du bist! Okay. Und wir machen das den schweren Weg. Ja. Oh nein! Nicht den schweren Weg! Ventus, bitte! Ich wollte dich hier rüberkommen und dann werde ich das alle umbringen. Einfach so scharfen! Und da haben wir wieder was! Ein Krönchen! Schwing! Ähm. Wir haben hier auch einen Safe-Spot. Das ist okay. Was hast du denn zu sagen? Wer guckt? Was hast du zu verkaufen? Hast du Vita? Natürlich nicht. Du bist ein Barker. Ich mag dich nicht. Dann ignorieren wir dich und gehen sofort weiter. Und laufen die Zweige hinterher. Ich meine, Ventus hat gesagt, dann machen wir sie eben auf die harte Tour. Und dann tun wir das auch. Finde die Zwerge, die sich versteckt haben. Oh nein! Auch noch versteckt haben. So, was hätten wir denn hier oben? Hoi! Was haben wir hier drin? Wicht! Oh! Wicht kann man gut verkaufen sogar. Wenn ich es denn verkaufen werde. Muss ich mal hoffen. Ich glaube aber schon. Ich meine, wozu brauche ich es? Für nichts. So! Zack! Tja! So! Du bist der Nächster. Der stirbt. So! Hör auf zu niesen. Du bist nicht offensichtlich, dass du da bist? Nein! Ich sehe dich gar nicht. Wow! Mein Schwert hat ver... Da steckt da auch einer drin. What? Das wusste ich. What the hell! So viele Gegner bei mir. What's zur Hölle? Boots! So! Boom! It's over! So viel an Wurst! Ich kann gar nicht Zwerge angreifen. Das ist so lane grad. Hier Wind! So nimm das! So nimm das! Boots! See ya! Ey! Komm! Fuck! Yo! Mate! Hier! Ich hab auch ein Schwert, weil ich werfen kann. Genau wie ein Sturmfall. Und ein Schwertfall. Und ein Schwertfall. You can't escape me! Da! Bitteschön! Hast du davon! Ey! In the deep jump! Kommst du unsere Diamanten nicht? Ich will eure Diamanten nicht! Was hält dich davon? Wo ist der eine hin? Ach guck mal! Der springt bis hier hin! Einfach so! So! Hör auf zu niesen! Du verrätst dich doch nur! Und das ist nicht gut für dich! Hier! Zack! Tschüss! Da 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 da! Meine Nahti juckt ganz schön! Ich muss niesen! Vorsicht! Oh! Er hat mich sogar gewarnt! Nice! Nett von dem! Allheilmittel! Hier! Du brauchst eine Allheilmittel! Ich hätte grad eins! Da 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 da! Nein! Mein Arzt! Wir los! Zitatis! Bleib! So! Nimm das! I'm fail! So! Also wenn du mal nicht offen siehst! Er wehrt dich gar nicht erst recht! Rachewurf! Oh! Nice! Sehr gut! Sehr gute Ability! Ach! Äh! Haben wir schon morgen? Ja! Haben wir! Zack! Kein getroffen! Gott dinget! Ja! 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 Ich wollte den Anverse anvisieren! Ich wollte den Anverse anvisieren! So! Was haben wir hier? Anverse! Mit der Terror jetzt lang! Anverse! 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 Ja! 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 Anverse! 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 Ja! Anverse! Anverse! So! Ich wollte aber sagen! Wir beenden jetzt schon den paar der erst mal mit den letzten Zwerge im nächsten Spot! Also bis zum nächsten Mal! Tschüss!